heyo zu einer weiteren runde next map mit nico und mir christian wir sehen uns heute jet ski an unglaublich ja und einige denken jetzt das ist bestimmt so scheiße wie das andere ja aber aber achte drauf guckt ihr es an guckt ihr es an wer ist denn der zweite ist das computer es ist computer also der imitiert ist am anfang genau was du machst das heißt ich würde mich aber ignorieren denn er ist eh tot den brauchen wir nicht mehr der ist total irrelevant gerade nein das coole ist wirklich in dieser map hat es jemand hinbekommen ein jet ski zu machen mit wasserfisik und ein und komischen kamera einstellungen von hubschrauber also okay das soll ein hubschrauber sein da hinten ist der hubschrauber das war der hubschrauber es ist ziemlich cool wie der größtenteils eine physik spielerei ja ja also im kern zumindest es ist vor allem beeindruckend weil es sehr viel besser funktioniert wenn man denn das hinbekommt sehr viel besser funktioniert als dieses eingebaute skispiel was sie da gemacht hatten ja es wirkt halt irgendwie so als wärst du gedacht ganz ehrlich es wirkt so als wärst du gedacht als hätten die hätte jemand dieses jet ski in das spiel eingebaut schön ja ich finde die ego die ego an sich ganz lustig irgendwie ist natürlich alles automatisch aber ja natürlich das sind automatische aber es ist wirklich bei einem wieder ein wave race ja ja auch schon das ist wirklich beeindruckend gut gemacht vor allem auch er wie das geschaltet hat die strecke mit den tonner an der seite und allem das ist echt aus raffiniert vor allem die physik funktioniert auch an sich ich meine guck dir das an wie ich hier die strecke rocke guck's dir an das ist auch alles sehr sehr schön gerettet das funktioniert also auch ja ich dachte das wäre das ende aber jetzt kommt noch meine ego perspektive deswegen die zwischen seltsam aus aber ja doch das war das war gar nicht das die nein 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 das ist so okay dachte ich ja auch das ist gelost es geht noch weiter und dann hier ist das echte ziel mit dem menschen und rein eine sehr sehr coole strecke sollte man wirklich mal ausprobiert haben ich glaube funktioniert allein nicht im multiplayer wie die meisten fun strecken aber ja wenn ihr aber auch eine map habt dann schickt sie an nextmap.gameglox.de von jedem spiel es ist wurscht ob es in minecraft oder portal oder eben trials ist wir wollen alles armer typ gut das war schon bis zum nächsten mal armer jetzt vertrinkt da eine schwimmflossen das ist okay er muss ich ein jetski